aber jetzt können wir ein bisschen hier übrigens tun ja ja vielleicht bringt richtig viel an den veganer wie erst mal auf die auf die augen ja ich sag mal so wobei es auch viele veganer gibt die das gar nicht aus ethischen gründen sondern weil sie denken und so weiter dass das gesünder sein kein fleisch zu verzehren kommt auszeichnen das was wieder so die supermann kuchen und sonst wartet ist ja so was ich jetzt gesehen hatte ist es gibt auch wochenmärkte online mittlerweile ok danke ich nehme das fleisch an mich nur der uni hat sich selbst gekippt und gar nicht dinge tun und gar nicht dinge tun also ich bin ja eigentlich nur auf der durchreise der arme hundi der arme hundi hat er sie falsch angelegt ja aber ich meine nur erstens sollte man wenn man fleisch ist finde ich ich glaube ich auch daran denken dafür ist ein tier gestoppt oder generell ja und da sollte man auch daran denken und das nicht einfach sinnlos in sich rein stopfen das ist so wo ich sage ja und zweitens wir müssen darauf achten dass das tier ein gutes leben hatte aua au war schon wieder einer sehr netten gegend wie man sieht toll da rede ich für tiere und sonst was und was bringt mich um so ein komischer vogelkauz dings ja und wir wachen in meinem bett wieder auf ich glaube nee wir haben das inventory auch noch das verlieren wir nicht beim sterben oh sie sich das ist das kamer und so eigentlich soll ich ja laufen soll ja so wie der geld aussehen ist ein neuer tag er muss ja hier kleine kloppen die links haben die hier bringen gar nichts deswegen die an tour gegangen mein fleisch deswegen die an tour gegangen eigentlich um steine mit quarzzeug zu finden ist gefährlich an der ding jetzt ja das blöde vieh mal ehrlich und das blöde ich mir jetzt noch hallo baum lass dich rütteln und schütteln jetzt kein heim mehr drin wie verwirrend aber fisch sind drin ich finde das spiel schon ein bisschen aber jetzt richtig kommen sehen oder warte den sack nasenbärner du bist war die an augen das sind ein normaler stein ich brauche die mit dem quatzeug drin und so und dies habt ihr quat stein gesehen für irgendwas mit mit dienst drin ja nimmst du nicht ja die hummys sind auch ein bisschen verteidigung finde ich manchmal da oben sind schon wieder so kiecher naja das sind aber welche die einen jetzt nicht anläufen unbedingt weil die anderen die 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 man ja richtig böse ganz große noch den tun eigentlich viel die hier rumeiern hier war doch auch irgendwo tra la li und tra la lo die großen passen ja auf die hier wieder auf guck mal hier sind federn lang dann lange anderen lang an arsen oder so ich dass mich gleich wieder eine halb darfst du ja hier war das hier war das habt ihr denn ein spieler gehört das finde ich gar nicht sobald gefahr kommt oder irgendwas dass du ein spieler hast in der hinsicht zu kampfmusik wie sieht man es auch noch irgendwie so hallo so ich habe einen so instant um instant es ist schon ein bisschen jetzt zwei davon ja tatsächlich plus vier dings neben dran und so schnell umbauen nicht ein bisschen aufpassen man hat einmal klatsch gemacht einmal volltreffer und das war es selbst wenn da liest du da und streckst alle fünf von dir und wenn ich nach was ja ja gut bei frauen kann es auch sechse sagen aber hey was das hier angeht guck mal die ist nicht mehr davon ausgezündelt okay die stand sind oder auch nicht so alles klar ja nicht nur also das eine versteht jetzt nicht so smash sex or rocks hab ich nicht gerade or rocks gesmachet my new tool wow also manchmal kannst du mich auch hier ne am abend besuchen ich hab doch gerade die dinger geklatscht mal ehrlich warum ist das ding schon da drüben ich bin noch mal ich bin dran vorbeigelaufen ich glaube ich bin dran vorbeigelaufen es könnte sein dass ich dran vorbeigelaufen bin ich bin zu schnell gelaufen nix gut dieser ah ah alter bis zu sehen jump auto jump 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 und nein jetzt machen wir eine brücke oder irgendwas machen du 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 aber so viel fleisch hmmm wir haben so viel fleisch mittlerweile ist gut that's great yum raw meat und nicht mehr zu nah als vorher ne so merken wir uns ja ein bisschen fleisch aber gut wir verlieren nicht das inventory und sonst was wir spielen ja auch auf normal oder keine ahnung ich weiß es nicht meist auch easy aber weil ich viel spaß am spiel haben und mich abquälen auch wenn ich das player bin sonst was ich bin eher casual also gelegenheitsspiel auch in dem sinne ich bin ich will auch gar nicht von hardcore mehr an nur irgendwann ja meistens war ja immer der beste des besten vom besten werden und keine ahnung was da habe ich gar keine gar keine intention zu ich möchte das spiel genießen ich möchte mit euch das genießen und und ja ja ich wollte gerade sagen du kommst heute noch du wirst heute noch so gar ne du ich irgendwas gerade vom freund natürlich mit euch mit euch mit euch mit euch ruhig mit euch mit euch mit euch mit euch aber vielleicht kann man später echt wirklich damit kochen oder sowas ich habe noch keine ahnung was man anstellen kann, treibend dran aber... ah ja, mal schauen mal schauen vor dem Fahrzeug haben wir jetzt echt eine Nägel ne? Copper, Iron, Dings, Dator, verarbeiten kann ich es immer noch nicht das kotzt mich so ein bisschen an das ist ja nicht verarbeiten kann das hat sogar 6 Minuten das ist ja noch besser als das andere Fleisch 10 Minuten ok, ok, das andere Fleisch ist doch besser 1,6 2 also es bringt gar keine Energie, es gibt nur Leben es gibt nur ein bisschen Leben das war's es ist so, ok, kann man machen, muss man auch nicht äh ah, jetzt wollte ich halt viel Fleisch das ist... ja, vielleicht kann man später mit dem Kram kochen oder irgendwas, ne? ich würde es jetzt nicht weg mal ran bohren wo Kaktus, Feigen, Bottletree, Wood ja, das würde ich auch gerne mal verarbeiten also ein bisschen Platz im Inventar, schau mal ein bisschen Platz in der Craften können wir jetzt auch nicht immer noch nix ein bisschen so, ja oh guck mal, ein Campfire kann ich herstellen yes 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 oh, Campfire so, zwei Campfire haben wir so, Oma zwei Campfire habe ich ist das, ist das nicht toll so, warte mal was braucht man noch? Campfire, Holz und irgendwas anderes äh ja gut, Holz haben wir auch da wir müssen mal nachfragen, ne? was wir brauchen wir kriegen übrigens immer noch vier Leben und tralala und Energie 3,2 alter ich sollte unbedingt äh warte mal hält das eigentlich an wenn ich escape drücke ich hoffe ja dann bin ich ganz kurz mal weg und gleich wieder da aber wir sollten unbedingt nochmal irgendwas machen, ne? so hacken, Dings, Bäume hauen, keine Ahnung irgendwas in der Richtung, weil wir kriegen grad richtig fett Energie und dann sollten wir ackern, machen, tun sind das gleich ja relativ umsonst, ne? bin gleich wieder da mit und dann wenn jetzt hoch her da dort werden wenn hier